heil und alter lampe check deine optik geht das so ja entschuldigung ja herzlich willkommen zu einem abonnenten special sag ich mal so ich habe mir ich habe mir selber was überlegen müssen weil mir keiner was geschrieben wunder na gut andersrum wäre es auch ein wunder gewesen weil naja gut ja was mache ich für euch ich mache euch mal eine challenge weil dazu muss ich mal was erklären ich spiele damals sehr gerne world racing gespielt also den ersten teil aber ich habe weil ich ich weiß nicht ich bin irgendwie weiß ich nicht bin irgendwie komisch in der hinsicht ich habe gerne wirklich gerne autos geschrottet da also wirklich alter die berge runter gefahren also über leitplanken gejumpt und gefahren nur um die autos so zerbeulen zu lassen quasi ich weiß nicht ich habe irgendwie gelitten nicht voll entschuldigung was trinken waren ich weiß nicht mehr dass irgendwie immer gefallen ich mache das auch immer ich mache das auch immer wieder ich weiß nur noch nicht wie ich was machen soll ich starte das mal gerade ich hoffe dass du ja ach nee schuldigung ich muss doch noch alter mensch das wollte ich doch gar nicht dann kommt früher aber ja auch noch nie auf ist es schuldigung ich bin da so gerade richtig naja bescheuert will ich es nicht nennen aber muss ja auch noch raps starten hier die so ganz gelitten verwurstelt aussehen man werden ja so ja ich total professionell gerade so ich finde das loch nicht so ich habe das noch nicht gefunden war keine haare dran so entschuldigung ja wir spielen jetzt eine stunde lang ich weiß nicht ich weiß auch nicht wie ich das machen will ich starte ich starte das jetzt mal gerade also ich hoffe soundtechnisch müsste eigentlich alles so funzen wie ich das der denke ich mache das mal die facecam jetzt auch mal ein bisschen kleiner so ja ich weiß noch nicht wo die facecam entsetzt ich meine ja die tasten du musst erst mal die tasten sind tasten sind also ja ich habe die aufnahmetaste gedrückt und er hat gleich gesagt hier gleich weiter ja aber dass kein display wird kann ich auch mal danke ja da es kein display wird würde ich mal sagen ich ich habe schon ich habe schon angespielt ich habe nur außer sehen neues kann man nein ich mache man ein neues spiel dann werden wir mal die schilder typen und so auch und name ist ja okay startlevel startlevel profi amateur anfänger ich nehme amateur dass das klingt sehr das klingt professioneller einfach amateur ist schön schild typ schild bürger das ist ja auch ein polen schild das wäre auch schön ihr polen schild einfach so ein polen schild dann beim anderen hatte ich leck mich draufstehen beim anderen account das kann ich jetzt auch nicht so kommt nicht so gut rüber ich habe was denn geht das warte mal was nein so nein ich habe das nicht geschrieben das war mein das war meine hand die die hand die 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 will abonniert werden einfach so nein ich mache das nicht schuldigung oder 50 abo das ist ja auch mal geil wird auch schön 50 sp 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 special ich schreibe mal ich lasse 50 abo passt doch so porträt ich ich bin meine frau wirst du das Alter, die hat die Hupen einfach. Zieht euch die Hupen rein. Das ist ja unfassbar. Alter. Weiblich, nee, männlich. Jeder, ich bin schwarz, ey. Das ist schon Arnold Schwarz, Necker. Alter, war der flach. Entschuldigung. Je, das grüne Hemd, Alter. Yeah. Der sieht wirklich aus wie Arnold Schwarz, Necker, nur Brille. Alter. Yeah. Das bin ich auf jeden Fall. Nee, ich bleibe hier beim Roten. So. Lieblingsfarbe. Ich hatte vorhin eine richtig geile Farbe. Die gefiel mir richtig. Aber Blau, ah nee. Albus Galaxy. Ich bin Galaxy. Kann ich aber noch ändern. So, fortsetzen. Das Spiel wird gespeichert. Was? Ist so ein Existimspeicheranziel, muss man schreiben. Kann man das. Mach ich einfach mal. So. Da ich ja so eine Zerstörungswut in diesem Spiel habe, werde ich das jetzt so machen. Ich weiß nicht. Ich habe mir schon überlegt, wenn ich irgendwo einen Umfall baue und das Auto Schaden kriegt, ob er absichtigt oder nicht, ich mache Liegestütze. Das habe ich damals immer gemacht als Strafe. Weil ich habe das schon mal so spielen wollen, ohne dass ich irgendwie Umfälle gebaut habe oder so. Habe ich einfach durchgezogen, wenn ich einen Umfall gebraucht habe, ob beabsichtigt oder nicht, habe ich dann Liegestütze gemacht. Zu Strafe. Dann müsste ich aber die Kamera mal ändern. Werde ich wohl schneiden, dann müssen. Aber das mache ich für euch. Das Video wird mehr als eine Stunde gehen. Aber nur 720p. Ich führe das jetzt nicht ein, dass ich hier 1080p, alter. Bei meiner Bananenleitung noch, wurde bemerkt, weil im Februar geht es los. Wann, weiß ich noch nicht. Aber im Februar geht es los. Dann habe ich eine schöne, schnelle Leitung. Mich langschnacken, Koppel im Nacken, würde ich mal sagen. So. Wir machen Nevada. Das Nevada. Hast du es gesehen? Aua. So. Alter. Ja, das ist meine Lieblingsfarbe, genau. Der Sound ist so leise. Das ist so leise gerade. Wieso kann ich hier denn schon... Ich nehme den. Vielleicht kann man Mercedes schrotten. Aber die ersten 15 Minuten. Ich muss mir eigentlich mal... Habe ich eine Stoppuhr? Habe ich eine Stoppuhr? Das muss ich mal gucken. Aber ich muss erst mal die Sound. Das ist so soundmäßig. Sound. Und... Ah, man hört was. Äh, ne? Du feist das Auto, du. Ne? So. Ja. Ja, ich mache mal eine Scherze. Das ist... Ja. Gut. Ich muss mal eine Stoppuhr stellen. Ne? So. Stoppuhrmäßig. Ja. Es ist 0u23. Ähm. Sieht man das? Sieht man nicht. Schade. Weiß ich, wenn man es sehen soll, dann sieht man es nicht. Aber... Bei der anderen Challenge hat man ja gesehen. Warum ich da aufgenommen habe. Äh. Habe ich hier eine Stoppuhr drin? Nässt 3. Müsst du doch eigentlich eine Stoppuhr haben. Genau. Eine Stoppuhr. Gut. Stoppuhr ist da. Ne? Sieht man das? Hier ist Stoppuhr. Reflektiert nur so doll. Na gut. Ja. Ich... Kann man die auch so... Genau. So. 15 Minuten ab jetzt. Ne? Mache ich nur mit... Äh. Dings. So. Stoppuhr ist gestartet. Ich hoffe, das funktioniert auch, ohne dass das Bild jetzt weggeht. Weil ich muss hier echt... Äh. 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 Muss hier gucken können. Boah, alter. Merkt das? Von Sound her, ne? Alter. Wird das... Wenn das ausgeht, habe ich... Weil ich habe das jetzt schon wieder... Die Stoppuhr wird... Alter, der Sound. Das geht mit dem Sound nicht. Nur weil ich sie aufnehme? What the fuck? Warum? Alter. Hä? Ich habe nicht dran gedacht. War mein Fehler. Ich starte neu. Nein, ich mache jetzt keine Digestütze. Das war nicht mein Fehler. Ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, dass ich... Weil ich... Ich kam in mein alten Ego rein. Ich, äh... Äh. Ihr wollt mich an die Liegestütze machen sehen. Gebt zu! Ich darf hier... Jetzt driften darf ich hier. Juhu! Mal wissen, geht das Ding nicht aus. Also hier, die Stoppuhr. Das ist schon mal sehr schön. 15 Minuten. Nein! Oh, Alter. Das war ein Mega-Drift gerade. Alter, der Sound nicht, ne? Aber wie? Oh, steht sogar dran. 50 Abo. Das ist ja geil. Feier ich so ein bisschen, ne? Wie? Ah, die Runde, die ist ein bisschen komisch. Ja, das... Ähm... Ich wusste auch wirklich nicht, was ich als Abo-Special machen soll. Ähm... Ich habe echt gerätselt. Erst habe ich gedacht, äh... kannst du vielleicht zu hartes Game machen oder so. Aber ich habe das, Alter. Ich habe das einmal probiert. Alter, ich bin am... Beim ersten Level bin ich schon... Weiß ich nicht. 10, 20 Mal verre... Ich weiß gar nicht, was ich gerade gesagt habe. Ähm, aber... Oder was das für eine Sprache war. Weiß ich nicht. Ähm... Ne, ich bin am ersten Level schon 10, 20 Mal verreckt. Ähm... Am ersten Level. Alter. Das will ich mir und euch auch nicht geben. Das ist... Alter, das kannst du überhaupt keinem geben. Das geht nicht. Und, ähm... Ah, da ist das schon mal weggefallen. Ich... Wow. Was ging denn mit dem Flugobjekt gar nicht? Aber das ist echt eine Prüfung hier, weil... Ich bin echt gewollt, das... Gegen die Wand zu semmeln. Oder sonst wohin zu semmeln. Aber das mache ich... Aber in... Das mache ich aber dann, ähm... Ab 15 Minuten dann... Dann geht die... Die Runde, die dann... Anfängt neu. Ähm... Da geht es dann richtig los mit Umfällen und so machen. Um euch wirklich zu zeigen... Wie es anders auch geht, ne? Oder ich mache... So halb, halb. Aber es ist lang... Aber ich... Ich weiß nicht... Ähm... Ob ich das machen kann. Weil es auch anders ein bisschen langweilig werden könnte. Wenn man hier... Otto normal fährt quasi. Ähm... Mit Driften und dies und das und jenes. Finde ich irgendwie blöd. Wieso muss mein Kopf jetzt so jucken? Mein Kopf. Ähm... Mein Kopf lübt. So. Tasten finden. Ich habe schon 5 Minuten nur. Geht aber fix. Weile ich nicht. Wir sind noch auf 4 Runden. Nein! Oh, Alter. Oh, wie schwein. Hab dich ein Schwein. Weil ich fahre ja immer anders. Es ist echt eine Prüfung gerade. Ich würde das ja auch gerne eine halbe Stunde durchhalten. Ich würde ja auch durchhalten, aber... Weil... Na gut. Ich weiß nicht, ob ich es durchhalten würde. Weil es echt schwierig ist. Aber ich darf ja nicht mal gegen andere Autos fahren. Und ich habe da ja so ein Verlangen, wenn ich hier... Weil ich mobbe auch diese Leute... Fahrer, die hier fahren, ja auch gerne. Alter. Den Verlangen... Oder das Verlangen muss ich... Schleunigst unterdrücken. Oh oh. Auch so muss ich vorsichtig fahren, dann. Weil wenn solche Situationen entstehen, so wie hier, dann... Kann das schon gut so ein Problem werden. Na also, wenn die jetzt so abbremsen oder ich kann die... Waaah. Nicht anfahren. Fünf Minuten schon. Oh, Alter. Was ist mit dem Sound los? Manchmal ist der Sound... Manchmal ist der Sound total gut. Und manchmal total... Der laggt. Ohne Ende, der Sound. Alter, habe ich eine Rolle? Nee. Alter. Das wollte ich gar nicht. Ich habe den dann gleich... So leicht... Angeditscht. Was ist... Ich wollte mich hier nur flach liegen sehen, einfach. Würde ich euch ja auch gönnen. Ein Abonnenten-Special kann man sowas ja machen. Auch wenn es peinlich nachher... Auch wenn es irgendwie peinlich aussehen würde, aber... Dafür ist es ein Abonnenten-Special. Ich glaube... Das Abonnenten-Special werde ich auch... Na, Abonnenten-Special nennen. Ist klar, aber... Dann würde ich schreiben... Mach Liegestütze, du Sau! So ein Sergeant einfach. Aber deswegen muss ich... Dafür muss ich dann auch irgendwo... Wann auch Liegestütze machen. Vielleicht war... War mich da wirklich auch eine 30 Minuten Session draus. Alter, wie geil. Der Durst gerade war. Weil das doch... Oh, ziemlich lang dauert hier. Der Sound manchmal. Was ist... Was ist mit dem Sound los? Das verstehe ich manchmal nicht. Sorry für die ganz kleinen... Ähm... Ja, Sache... So... Hä? Armatur... Also... Armatureinheiten oder Tachelinheiten oder was weiß ich. Wie man das so nennt. Ich habe das halt... in der Auflösung so und... Das ist ähm... Ja, 1800... Ähm... 1900... Noch was? Mal 1200... Keine Ahnung. Halt in der höchsten Auflösung. Wie ich ja... Ja, haben kann. Und ich... Alter... Der Sound manchmal, ey. Da kriegst du ja Ohrenbluten bei. Das geht doch mal überhaupt nicht. Huchschrauber vor Live. So. Alter, schon 8 Minuten. Ne, Leute. Ich mach das auf halben Stunde Basis. In halben Stunde fahr ich dann mal... wirklich ähm... Ich sag mal gut. Ne. Also brav quasi. Und beim anderen dreh ich durch. Weil ich mach ja auch ein bisschen länger. Ich weiß es nicht. Hab ja auch nicht zu lange gemacht. Das wird auch so schon so lange. Also über eine Stunde. ne. Und dann... Muss ja auch... Die... Die Facecam... Die geht ja auch muss nicht stimmen. Ne. Da muss ich auch drauf achten. Dass ich bei einer halben Stunde dann wirklich fertig mache. Facecam ist jetzt schon bei 20 Minuten. Aber... Lieber einfach nur... Was? 2149. Da ist die schon. Naja. Wenn ich jetzt eine halbe Stunde noch drauf packe. Naja. Oh, das wird ganz knapp. Könnt knapp werden. Wenn ich dann noch eine halbe Stunde drauf packe. Hm. Aber dann... Dann werde ich auch die... Was trifft sich denn? Gut. Dann kann ich hier die Facecam rendern. Dann kann ich hier kurz schneiden. Und dann... Geht das. So. Ich schneide ja so gerne. Bin ja Emo-Wies. Naja. Bin ich jetzt nicht. Aber... Wollte den Witz wieder so bringen. Also Fairness. Also Fairness. Fairness da hinten. Ist meistens bei mir immer auf Null. Alles auf Null manchmal. Also Fairness. Na also... Ist schon krass. Machen wir gleich... Das nächste Rennen in den Alpen. Wie nennt man einen Stift? Im All. Der Alpen. Ohohohohoho. Alter. Alter, der ist so flach. Der Alpen. Ohohoho. Das schmerzt. Das schmerzt im Hirn. Aber richtig. Mensch. Das sind sogar vier Stifte im All. Also Alpen 4. Wie ist der? Oh, Alter. Naja. 200E. Ich würde doch mal sagen, wir fahren immer andere Autos, ne? Der erste war ja die A-Klasse. Also hier, das komische Gedöns hier. Mag ich nicht gerne. Fahre ich nicht gerne, aber... Naja. Gerade da will es mir schwer fallen, das heil zu lassen. Gerade bei den Alpen, Alter. Da drehe ich manchmal so ab. Und fahre das Auto so schrottisch. Unten sieht man ja 0% und so. Unten links. Da wo eigentlich meine Fraps-Zahl steht. Na, da sieht man ja unten links dann 0% und so eine Leiste. Scheiß Kinn, Alter. Allen juckt das Scheiß Kinn. Wenn das Kinn... Wenn... Ich sage ja, an Aufnahmen, Alter, da... Da juckt einen wirklich alles. Komplett. Ich wollte schon wieder... Ich wollte schon wieder an die Kante ballern. Das darf ich nicht. Ich muss ordentlich fahren. Ich soll ja ein Vorbild... Ich soll ja ein Vorbild sein. Weißt du, hier ist so eine Kurve. Hier ist so ein Ding, da bin ich wieder... Würde ich wieder rüberjumpen einfach und... Alter. Weil ich... Ich mache das so gerne hier. Ich weiß, ich verstehe das nicht. Das ist einfach krank. Verstehe ich nicht. Nein! Oh, Alter. Ich bin ganz leicht angeditscht. Ganz, ganz leicht. Aber sobald ich... Döller anditsche, dass man da... Irgendwas Grünes sieht. Noch sieht man ja was... Die... Dings ist da drüber. Die Zahl. Da sehe ich das nicht sofort, wenn das grün wird. Aber ich sehe das ja... An der Prozentzahl. Das ist ja dann genauso. Und wenn da ein Prozent steht oder so... Irgendwann mal... Ich meine, ich will es vermeiden. Ich will mir die Peinlichkeit ersparen. Die auf dem Boden flach zu liegen und... Ja... Liegestütze vor Life zu machen. Hätte ich nicht so Lust drauf. Da wäre ich auch ziemlich... Ich meine, gut, eigentlich wäre es nur Genugtuung, weil ich ja auch kein Sport mache. Gebe ich auf den Zug. Weil auch kein... Gerade weil ich kein Sport mache, würde mir das gut tun. Ähm... Mal ein paar Liegestütze machen zu können oder so. Aber ich meine... Ich weiß auch gar nicht, wie viele Liegestütze ich denn mache, falls ich doch mal irgendwo ran ditchen sollte. Ähm... Das weiß ich gar nicht. Auch schon die zweite Runde. Super. Ähm... Da oben quasi, da ist... Die zweite Runde. Ähm... Nur wenn ich so ein Kappes hier mit... mit Facecam rumspielen mache, dann... Kann sowas mal passieren. Ja. Hier muss ich immer sehr vorsichtig sein. Bei mir... Mir würde es wirklich gut tun, mal so viel Sport machen, aber... Man ist immer zu fa... Man ist immer zu faul dazu, Alter. Hätte ich da jetzt ein Prozent, ne? Pff. Ähm... Mir würde so der Arsch auf Grund alles gehen können. Oh... Wenn ich die halbe Stunde geschafft habe, kann ich da noch auch eine rauchen. Und dessen kann die Facecam rendern. Und ich habe irgendwas im Auge. Das ist sehr schön. Ooooooooh... Alter... Dieser Aufnahme, Alter! Alter! Oh, Alter! Das ist doch alles. Mal juckt mir was. Mal habe ich was im Auge. Alter! Oh, Alter. Ich habe immer noch... Alter, du scheiß Auge. Ich nehme dich bald raus. Ist ja ekelhaft. Meine Fresse. Ich ersetze dich... Ich ersetze meine Augen bald durch Glasaugen. Ganz ehrlich. Das war knapp. Oh, das war knapp. Oh, jetzt... Jetzt juckt mir die Nase. Alter! Ist ja schlimm! Nein! Oh mein Gott, was war das? Alter! Gelitten! War knapp. Kann ich ja auch alles ablenken. Das lenkt mich alles ab. Das ist unfassbar. Damals habe ich das auch immer so gemacht, wenn ich irgendwas Falsches hatte, so Fahrfehler oder... steht ja unter der Leiste unten links, also über die Leiste, die unten links ist, was ist ein Schadenanzeichen, wie ich schon gesagt habe. Es steht denn da immer entweder Fahrfehler oder unfair oder... Was steht da noch? Abgekürzt. Gerade bei abgekürzt oder so, da habe ich das auch gemacht. eigentlich, wenn ich so unfair fahre, einfach. Naja, abkürzt ist es eigentlich auch unfair, aber... Lass mich das. Ich weiß nicht, ob ich das auch noch machen soll. Alter, diese Kurve, ne? Alter. Ich habe mich schon auf dem Boden liegen gesehen, ganz ehrlich. Ist ja unfassbar. Ich habe mich wirklich schon auf dem Boden liegen sehen. Gute ist nur, wenn da guter Drift oder so steht. Das habe ich auch. Aber so! Alter. Na? Nicht? Das Spiel ist geizig. Da will ich mir keinen guten Drift spendieren. Juhu. So. Wenn noch nicht. Dieses geizige Spiel einfach. Dafür fahre ich mal ein Hütchen um. Und unseren Ziel driften. Yay! Rückwärtses Ziel. Yay! Er ist auch noch rückwärts weitergefahren. Wie geil ist das denn? Das habe ich mich auch noch nie gebracht. Alter. Alter. Ey. Ja, ich schmier das mal an Klamotten an. Das ist... Obwohl man eigentlich nur meinen Kopf sieht. Guck mal, ich halte mich mal... Kann ich mich hier... Ich muss mich hier so... So... Warte mal. So... Und dann muss ich so... Ich will nur Scheiße machen. Ich will mich so... Ach, nicht scheiße. Ah, ist blöd. Ich will mich so rübergucken mal über das Bild und... Naja. Ich mach nur Scheiße. So. Wir nur Zeit finden. Das ist... Schon wieder 100% alter. Fahrdisziplin auch 100%. Fast alles 100%. Du. Das habe ich echt selten. 36% Erfahrung, Alter. Deine Mutter hat Erfahrung. Und ich will nicht wissen, worin. Alter, was denn das? Ah. Ah. Deine Mutter hat Erfahrung bei... In Kantenglättungen bei Videospielen. Ist mir gerade so eingefallen. So. Ist auch jetzt nur... Ist nur so ein Spruch gewesen. Ich meine jetzt nicht... Will jetzt nicht auf keinen... Ne. Ihr wisst schon. Eure Mütter sind alle cool. So. Meine auch übrigens. So. Ähm. Testcenter 4. Och ne. Nicht die A-Klasse. Die haben wir doch... Die haben wir doch gerade gefahren. Bisher war der nämlich wenigstens mal ne andere Farbe. Weil ja so viele einen auch auf blau stehen. Also ich stehe auch auf blau. Weißt du. Deswegen bin ich auch so groß. Hahaha. Oh mein Gott. Naja. Naja. Fünf Runden. Hier muss ich sowieso ordentlich fahren. Hier muss ich sowieso ordentlich fahren. Ja jetzt steht zum Beispiel einmal überholt. Sonst steht da auch immer ganz andere Sachen. So gut wie guter Drift. Oder sonst irgendwas. Ähm. Kann man sich da ja aussuchen. Oah. Ich wollte eigentlich driften. Aber... Ach da steht's. Guter Drift. Oh super. Auch wenn das scheiße war. Aber... Nein. Na nochmal. So. Driften. So. Aber man weiß auch gar nicht was man so reden soll. Wenn man unten fährt. Aber... Ich könnte während ich hier fahre noch einen Witz machen. Ähm. Würde auch zum Rennen hier passen. Wie pflanzen sich Autos fort. Durch Fortpflanzung. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Und ein paar Drift. Nun muss ich sagen... Nee. Soll ich mir eine lange Bremsspur machen? Hier. Oh, oh. Nein, nein. Alter, hab ich ein Schwein. Hab ich ein Schwein. Hab ich einfach nur mal Glück gehabt. Da wollte ich mir mal eine Bremsspur ziehen. Eine ganz lange. Das hört sich falsch an. Also nicht im Schlüpfer, sondern hier im Spiel. Da wollte ich mir mal eine ganz lange Bremsspur ziehen. Aber wenn man aus der Kontrolle gerät, dann ist das schon... Naja. Ich hab mich wirklich schon auf dem Boden liegen sehen. Ganz ehrlich. Weil ich hier nur scheiße mache. 23 Minuten. Und ich hab mein Handy noch durch. Ja, 70%. Also atmungmäßig. Muss man ja auch beachten. Boah, ich wollte schon... Alter, guck mal wie lang die Bremsspur hier ist. Alter. Meine Fresse. Ach, es ist wirklich komisch zu sehen, dass am Ende des... Also im Ziel quasi, da wird dann noch rum... Nur Kamerafahrt und so. Finde ich immer komisch, dass das Auto noch heil aussieht. Dann... Oder heil ist. Weil ich bin... Für mich ist das... Für mich ist das echt total ungewohnt. Ähm... Weil das... Alter... Das ist einfach... Richtig ungewohnt. Und, ähm... Ich werde wahrscheinlich auch im Video noch einfügen, dass man... Oder sagen... Wem das zu langweilig ist, wenn ich hier nicht rumeiere... Und Umfälle mache und so. Dann könnt ihr bis... Eine halbe Stunde switchen. Oder bis... Bis da irgendwo hin zu... Ich weiß gar nicht. Den Moment muss ich ja dann auch machen. Mach ich dann im Video einfach. Dass ich den Moment in einen... Blende... Ähm... Wo... Ja, dass ich den Moment dann einblende. Wo ihr dann hinswitchen könnt. Wenn ich... Ein... So chaosmäßig fahre. Ne, also... So richtig gelitten. Und so. Das... Werde ich dann mal einblenden. Wow! Ich weiß auch gar nicht, ob ich das... Irgendwann mal als Letztplay mach. Weil ich finde das einfach so geil, das Spiel. Aber nur, wenn ich hier so... Umfälle und so, ne. Also... Das werde ich... Würde ich dann so gestalten, wie... Vielleicht auch Unimeccan. Ja, würde ich so gestalten. Unimeccanisch einfach. Dass ich hier nur Unfälle baue und so. Wäre alles kein Ding. Das liebe ich ja sowieso an dem Spiel. Dass man da... So Beulen sehen kann und so. Richtig... Das werde ich in der... Naja... Fast schon in der nächsten halben Stunde. Sehen. Einen Rennen kann ich noch machen. Eins. Und dann... Ähm... Muss ich... Äh... Jo. Yoko. Yokohama. Hahaha. Schleich, Wehrbogen. Naja. Ich finde das so sehr ungewohnt. Das Auto ist heil. Das ist heil. Warum? Alter. Sonst schrotte ich die Dinger bis zum Gehtnichtmehr. Hier 50 Abo. So. Alter. Hä? Wieso 20% Fairness am Arsch? Wieso 20% Fairness? Hä? Habe ich was nicht mitgekriegt? Warum? Ich... Äh... Nein. Nein. Offroad? Ne. Vier Runden? Ne, sorry Leute. Oder? Das Rennen mache ich... Kann man nicht... Kann man sich überspringen? Alter. Naja gut, das machen wir noch. Aber es wird sehr, sehr langwierig. Wenn das so ist, wie ich das denke. Und hier ist mir das auch jetzt egal. Wenn ich hier, oder? Na gut, drei Minuten fahre ich jetzt noch ordentlich. Und wenn die dreieinhalb Stunde vorbei ist. Äh... Dann... Wird er auch Beulen tragen und so. Weil ich... Weil ich... Ich muss hier ordentlich fahren, weil... Wenn man hier wirklich schneller fährt, dann... Hat er Beulen bis zum Gehtnichtmehr. Dann... Ist man am Arsch. Ich muss hier auch aufpassen, glaub ich. Ist... Nein! Na gut, einmal könnt ihr mich am Boden sehen. Alter. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht. Wenn ich denn... Ich muss da selber mal gucken. Wenn ich jetzt hier... Hier meine Schuhe, Hauchschuhe und so. Ne, Hauchschuhe. So. Ich trete dich, warte mal. Ich... Ach man. So. Kann man das so sehen, wenn ich jetzt hier... Warte mal. Kann ich das so... Sieht man? Wenn ich jetzt hier so... Ach scheiße, ich muss hier... Ich muss hier weiter weg. Sieht man das? Kann ich das hin? Ja, sieht man. Halt. So. Jetzt mach ich mal. Eins. Zwei. 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 Ne. Alter. Sorry. Ich mach keinen Sport. Ich konnte mich jetzt auslachen oder nicht? Ist mir Wurst. Du hast mich zu alt. Nein, zu alt nicht, aber... Alter, ich muss wirklich mal Sport machen. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht, ey. Das ist... Ich hab eben zu schlaff einfach. Viel zu schlaff. Weil ich muss den Kack immer noch machen, Alter. Oh mein Gott. Entschuldigung. Ich hab meine Horschelöffel vergessen, die hier gerade festhängen. 43 Minuten. Ich hoffe, ich schaff das hier noch. Weil vier Runden, ganz ehrlich. Die halbe Stunde ist oben. Jetzt kann ich fahren, wie ich möchte. So zum Beispiel. Boom. Richtig aufs Maul. Richtig aufs Maul. Jetzt kann ich ein bisschen mal Spaß haben hier. Bam. Genau. Alter. Warte mal. Ich will nicht meinen Sessel filmen. Ich will mich filmen hier. So. Ne. So ist verkehrt. So. So ist gut. So. Entschuldigung. Muss ich mal berichtigen. Ich darf nur 15 Minuten aufhören. Oder maximal 15 Minuten. Könnte gelitten werden. Dann ähm. Ähm. Waaaa. 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 So. Alter. Wie das. Oh. So aussieht. Wow. Man darf nicht nach hinten gucken. Es ist. Es ist unfassbar. Ich glaube, ich muss ihn. Aua. Ich glaube, ich muss zwischenschneiden. Es wird sich nicht verhindern lassen. Hui. Hui. Ich muss zwischenschneiden dann. Waaaa. Weil. Weil die Facecam. Ich finde scheiße, dass man nur eine Facecam hier nur eine Stunde aufnehmen kann. Und dann ist man am Arsch gekniffen. Weil die Facecam geht einfach aus und sagt sich. Du hast die Stunde aufgenommen. Ich geh mal weg hier. Weißt du, das finde ich blöd. Finde ich blöd. Ganz ehrlich. Und. Ja. Kann ich nichts zu sagen. Wow. Zweite Runde. 32. 41. Waaaaa. Alters. Das werde ich nie im Leben schaffen, bis die Facecam sich verabschiedet. Sorry, wenn die Facecam nachher weg ist, aber ich will das Rennen hier noch machen. Und dann werde ich den wirklich fahren, wie ich möchte. Und dann könnte ich mich mal an Aktion sehen. Juhu. Ohohohohoho. Ohohohoho. Richtig auf Boden geklatscht. Alter. Richtig auf Boden gepfeffert. Alter. Das ist... Das nur mein Schild ist weg. Also ist in Metall... Ist in Metall drinne vom Auto. Ist natürlich... Normal ist nur mein Schild verhalten. Das... Dass man... Juhu. Au. Oh. Alter. Ja, ich mache immer so eine Scheiße. Das... Das ist normal. Ich hoffe, das sieht man auch in der Aufnahme so. Ich muss das mal kontrollieren nachher. Wenn ich die Facecam rendere. Ach nee, dann muss ich das sowieso beenden. Ja, ich mache dann das Rennen noch zu Ende. Und dann muss ich dann gucken, wie ich das so aufgenommen habe. Ach scheiße, ich habe dann auf... Ich muss dann nachher sowieso mal gucken. Nicht, dass ich das alles nochmal machen muss. Wäre nicht gut. Hui. Ich muss gucken, ob ich alles richtig habe. Ich hoffe... ...dass alles richtig ist. Hui. Weil ich habe noch einiges vergessen. Ich bin so ein... Volllappen. Äh. Ich habe zwar extra... Ich habe zwar für die Aufnahme... ...vom... ...vom... ...Gameplay jetzt hier... ...habe ich hier... ...habe ich einen extra Ordner gemacht. 50 Abos Special. Aber ich habe nicht daran gedacht, das in Fraps einzustellen. Dass er dahin speichert. Sehr professionell von mir. Es ist einfach nur ein Traum. Sonst macht er bei den Simpsons... Eigentlich müsste er das bei den Dings hin machen, aber... ...ah... ...der ist ja auch bei den Dings... ...das wäre ja auch nicht das Problem, aber... ...ah... ...48... ...48... ...oh, dritte Runde von Vierter. Ohohohoho... Ohohohoho... ...hier mal an derselben Stelle, ne? Das ist... ...das ist unfassbar. Alter, ich muss mich mal eilen hier, ganz ehrlich. ...weil 48... ...10 Minuten... ...ja, wohl, müsst ihr eigentlich schaffen. Die Runde müsst ihr eigentlich schaffen. ...ein Ziel haben. Alter. Ach so, eine Offroad-Strecken, die mag ich überhaupt nicht. Die mag ich überhaupt nicht gerne. Ohohohoho... Aua. Alter, schon 24% Schaden. Sieht man unten links, wenn man guckt. Ohohohohoho... ...hui... ...so. Kennt ihr das Bambi? Das kriegt immer auf die Fresse. Deswegen heißt es ja Bambi. Wegen BAM! Weißt du? Ohohohoho... Ohohohoho... Alter, diese Schmerzen manchmal. Wegen den Flachwitzen. Es ist... Ohoho... 50 Minuten... ...Facecam-Aufnahme. Mh... Oh, ich muss nachher so viel gucken. Alter. Wird ein Traum. Einfach. Wird einfach ein Traum. Alter. Ich schwitze auch gerade so doll. So ein bisschen. Ich glaube, ich werde nachher mal... ...ein bisschen Striptease machen. Waaah. Wenn die Aufnahme jetzt zu Ende... Also wenn ihr... ...wenn ich das Rennen jetzt zu Ende hab, Alter, dann... ...waaah. Dann mache ich hier Striptease, Alter. Ganz ehrlich. Nur Oberbekleidung. Ne? Nur Oberbekleidung versteht sich. Nicht, dass ich hier noch irgendwie... Waaah. Hey, da rutschen. Oder Seitenrutschen, je nachdem. Ich dräng das hier schon in die Länge hier. Das ist gut. 51 Minuten schon. Alter. 2 Minuten 12. Hui. 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 Ja, Alter. Ich fahre und gucke dich an. Ich fahre und gucke dich an. Mal sehen, wie lange das gut geht. Ich fahre und gucke dich an. Mal sehen, wie lange das... Ach, scheiße, geht nicht lange gut, weil, Alter... Man kann nicht so... Warte mal. Äh, das ist kein Müllhaufen, der... Das ist kein Müllhaufen, nein. Ähm, das... Das ist mein Schlafzimmer. Nein. Da schlafe ich immer drauf, deswegen. So, jetzt gucke ich euch immer an und fahre. Selbst das ist schwierig. Selbst das ist schwierig. Oh, oh. Alter. Echt schwer. Das ist schwierig. Warte, wenn man hier runterfallen kann. Ah. Das ist schwer. Das ist echt schwer, Leute. So Dauerinstant... Boah. Dauerinstant angucken. Und dann... Nächste... Letzte Runde. Hallo. Instant angucken. Oh. Freihändig. So. Alter, 53 Minuten. Ne? Ich glaube, immer das so machen muss, dass ich die Kamera neu einstellen muss. Das ist... Störend. Verstörend. Naja. Alter, wie das Auto aussieht. Oh, gut. Ich... Äh... 53 Minuten. Ich werde erstmal hier die Stoppuhr stoppen. Ne? So. Die läuft hier nämlich gerade so fröhlich vor sich hin. Ähm. Stopp. So. Handy hat erstmal... Dienst verrichtet. Alter, wie sehe ich denn jetzt auf? Alter, wie sehe ich denn jetzt aus, bitte? Alter. Wie denn... Wie sehe ich denn aus? Hallo? Jetzt. Alter. Ich habe voll die orangene Fresse gehabt gerade. Alter. So. Ähm. Ich würde mal sagen, ich gucke mal, ob die Aufnahme, ob die auch richtig ist. Sonst kann ich das nochmal machen. Ist ja nicht das... wäre nicht das erste Mal gewesen. Ähm. Ich sag mal, tschüss und bis gleich. Ja, willkommen zurück. Ähm. Ich habe das Spiel jetzt noch nicht gestartet. Passiert aber gleich. Und es ist alles gut gegangen. Mensch. Jetzt habe ich es aber nochmal umgestellt, dass das auch in den Ordner gespeichert wird. Ich werde das auch gleich starten, wenn ich mal... Ähm. Ne? Und so. Muss ich auch wieder reinstecken hier? Ah, jetzt habe ich das Loch aber schneller gefunden. Ich habe da ja noch Haare rangeklebt. Das geht gut. Bei... Man müsste bei... Vor allen Löchern müsste man eigentlich Haare rankleben, damit man das Loch eigentlich auch findet. Das wäre bei Haustüren gut. Ähm. Bei... Kloschüsseln sowieso. Dann kann man nämlich immer in den Stehen pinkeln. Und... Ähm. Bei was wäre da denn noch gut? Ähm. Schlüssellöcher wäre ja schon... Ne? Ja. Kopfhörer... Kopfhörerbuchsen. Generell Stecker. Also, wo man reinsteckt einfach. Das hört sich falsch an. Ähm. Aber wo man einfach reinsteckt. Und ähm... Ja. Ja. Ich würde mal sagen, willkommen zurück. Und... Hä? So. Fortsetzen. Ne. Wird geladen. Ne. Um den Verdacht mal auszuräumen, dass ich das nicht original hier habe. Hier ist das Spiel. Ne. Alter. Das sieht man das beschissen. So. World Racing und so. Mit CDs und so. Warte mal. So. CD drin und so. Alter, da sieht man das beschissen. Ah. Das ist immer so leicht. Ja. So ein bisschen. So. Hab ich da. Hab ich... Es ist so eine cool und lustige Geschichte. Das hab ich für einen Cent erstanden. Einen Cent. Da war der Versand 300 mal teurer als das Spiel selber. Ist auch mal lustig. Achso. Stoppuhr. Weil ich muss mir eine Stoppuhr stellen. Sonst äh... Hat das Ding nachher Überlänge. Weil ich will hier nicht zwei Stunden hochladen. Alter. Also zwei Stunden. Also das... Das Video jetzt zwei Stunden geht. Das will ich nicht. Weil das... Jetzt mir ja zu lange. Stoppuhr. So mal wieder drehen. Starten. So. Und sich an der Zeit erfreuen. Die man mit mir haben darf. Naja. Soll jetzt nicht edel klingen oder so. Es ist einfach... Ja, ich trinke gleich wieder was. Entschuldigung. Pff. 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 Ja. Ja, ich hab nämlich gerülpst. Das mach ich immer. So. Pff. 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 Pah. ich den geht sogar mit mehr leistung sorry leute die so ein auto sorry leute die so ein auto fahren tut mir echt leid weil jetzt geht es ja los mit richtig damagen also tut mir leid für diese leute die 1 c 220 cdi fahren ist jetzt nicht aufs auto gezogen ich mag das nur gerne die autos zu zerschrotten doch die leute zu morgen das mag ich am liebsten bam bam alter wird das schon aus oder bam noch sieht es ja harmlos aus eigentlich kein problem ich hätte es immer anders lösen müssen weil ich aus dem bildschirm rausgucke schneide ich immer gerade bis gleich so da bin ich wieder kann man das jetzt nur noch ein bisschen weiter das licht alter jetzt wollte ich von der ander von dieser seite auch noch ein licht aber an die von der von der seite du alter da ich habe die kamera anders positioniert dann damit ich auch aufs bild drauf guck es ist immer noch scheiße weil da runter geht das so erst mal noch scheiße schuldigung leute ich muss hier mal intervenieren gerade so ist gut so ist besser ja ich hätte die kamera ausspiegeln können aber das wäre jetzt nicht so wäre jetzt nicht so gut welche aufnahmen unterbrechen müssen das in rendern müssen und dann also alter das dach zieht euch das dach rein so was mag ich ich weiß nicht warum ich das mag aber also das crashen und so mögt ihr das auch ich bin ich will mich nicht so einsam fühlen deswegen frage ich einfach mal rum alter voll auf die leitplanke gezimmert habe ich den anderen das macht mich auch lustig wenn man leute auf die leitplanke gezimmert einfach dann wird es lustig weil dann fliege ich nicht so einsam fühlen und dann fliegen die manchmal auch so ganz gelitten so wie ich vorhin geflogen bin einfach nee bam jetzt gleich juhu bam oh alter oh das vorderdach vorne das dach ist jetzt ein bisschen gedamaged alter das ist so gelitten aus einfach klt auch jah ahja schön ist's BÄM Alter sieht das gesund aus Alter, das Dach, wie das aussieht. Total gesund, auf jeden Fall. Aua. Hab ich gerade erschrocken so ein bisschen. Von der Soundkulisse her, Alter. BAM! Autsch! Alter. Wie das aussieht, Alter. Also es wird schlimmer werden, aber... Noch sieht er ja ganz gut aus. Verhältnismäßig. Autsch! Das sieht denn richtig gesund aus. Ja, vorne die Seite ist ein bisschen gedämpcht. Also von der Seite her. Ja, sieht gut aus. Wieso drehe ich den Kopf überhaupt so mit? Das bringt eigentlich gar nichts. Macht ihr das auch, wenn ihr so Spiele spielt, wo ihr lenken müsst oder so? Weil da gehe ich so mit, so, weißt du, so. Dann ziehe ich so rüber einfach. Macht ihr das auch? Ich weiß das gar nicht. Bei mir ist das so. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Das ist ein Reflex und einfach nur. Alter. Der sieht schon gesund aus. Juhu. Bäm. Alter. Alter, voll auf die Motorhaube. Sehe ich gerade. Alter. Das ist ja gesund. Wow. Wow. Voll auf die Motorhaube geflogen. Krass. Hatte ich auch noch nicht. Hui. Bäm. Alter, wie der aussieht mit der Heile. Ist ja unfassbar. Nochmal schuldigang die Leute, die so ein Auto fahren. Also das... Ich hasse dieses Auto jetzt nicht, aber... Mercedes mag ich auch was gerne, oder? Geschrottet. Ja. Nur. BAM. Oh. Oh. Das Dach. Das Dach. Alter. Wie sieht das Dach aus? Oh. Alter. Richtig gesund. Alter. Das Dach habe ich so geschrottet. Einfach. Und das bei der ersten Runde hier. BÄM. Autsch. Alter. 54% schon, ey. Alter. Ich kann es immer noch. Jetzt stockt ab... Also ab 50% stockt der Motor einfach. Da... Streikt der schon langsam. Da sagt er nachher, ich will nicht mehr, weißt du? Boah. Alter. Alter. Wie das Dach aussieht einfach. Boah. Ist unfassbar. Hui. BAM. UAH. Boah. Ich fahre mal wie Gronk, weißt du? Nein. Nein, ey. Das mache ich jetzt nicht. Ja, Gronk fährt eigentlich auch ganz gut. Also sieht man ja im GTA Let's Play auch. Er hat sich verbessert da auch. Ähm. Aber... Nein. Bam. Boah. Boah. Ich mache das hier ja extra. WOOOOO. BAM. BAM. Oh. 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 Schon wieder ans Dach. Alter. Wie das Dach aussieht. Ich penetriere das dauernd das Dach, ey. Das ist die moderne Dach-Penetration gerade. Oh. Geil. Na, Auto? Geht's dir gut? Ne? Geht's dir gut, Auto? Geht's dir gut? Naja. Oh. Alter, das Dach. Oh. Oh, vorne. Oh. Oh. Alter, die Motorhaube. Oh. Oh. Und das Dach. Oh. Das Dach. Oh. Alter. Krass. Einfach nur krass. Muss mich auch ungewöhnt, wo ich hingucke. Sonst steht ja da, also... Das steht ja auf dem anderen Bildschirm. Jetzt habe ich den da, also auf dem anderen Monitor. Und jetzt steht ja auf dem richtigen Monitor, wo ich auch hingucke. Wo ich auch meine... Mein Spielspieler gerade, aber... Nur leicht schräg. Das ist ganz schön schräg, wehste. Oh. Alter, Flachwitz. Sorry, ich muss mal husten gerade. Entschuldigung. Ih. Voll in die Hand gerotzt. Und ja, ich schmiere meine Hand immer an die Kleidung ab. Ich... Ich bin so ekelhaft einfach. Kann ich wieder wechseln. Schön. Also, Polo... Wollte eigentlich sowieso... Eigentlich wollte ich ja sowieso Strip-Dies machen, ja, weißt du. Kann ich einfach... Ich roll mal... Upsalaam. Ich nehme mal ab und dann... Mache ich mal Strip-Dies einfach. Kann ich hier rüberrollen? Ja, kann ich. Mhm. 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 Alter, das sieht so bescheuert aus. Entschuldigung dafür. Das sieht einfach so bescheuert aus. Oh, Entschuldigung. Alter. Das sieht einfach so bescheuert aus. Alter, nee. Geht gar nicht. Ich hoffe, wenn ich das im Video sehe, nachher, wenn ich das mal arbeite und zusammen schneide. Alter. Ich komme mir denn so schäbig vor, wahrscheinlich. Weil das einfach so bescheuert aussieht. Oh mein Gott. So... So weiter geht's. Alter. Nee, war da. Nee, war da. So geht das nicht. Nee, Vater wäre auch cool. Nee, Vater. Nee. Boah, Alter. Alter, diese flache Witze, ey. Das ist... Äh, sieh, 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 sieh. Fahrzeuge, da haben wir ja nicht so. Fahrzeuge. Nee, war da, da haben wir ja. Na. Achso, wir... Nächstes Auto. Die mag ich eigentlich nicht. Die mag ich auch nicht. Weil ich finde, ich finde die irgendwie hässlich. Ich weiß auch nicht. Sorry für die Leute, die das Auto fahren und das Auto fahren. Das geht eigentlich noch, aber... Na gut. Ich fahrs. Ich fahrs. Entschuldigung. Na. Mit Schleim im Hals. Das liegt aber am Rauchen. Das... Ja, eigentlich bräuchte... Eigentlich bräuchte ich ja hier Asthma-Spray. Ich bin nur noch... Ich bin nur noch nicht zum Arzt gekommen. Also ich bin dazu gekommen, zum Arzt zu gehen. Ich bin da zu faul. Geh weg. Alter, geht mal weg hier aber. Der ist mir nur reingefahren. Der alte Sack. Ich fahr da rüber. Ich fahr da rüber. Na gut, dann geh ich hier runter. Tschüss. Autsch. Autsch. Oder ich geh auch mal runter. Juhu. Ich geh schon wieder mit dem Kopf so... Ich weiß nicht. Ich werd das wahrscheinlich im Video sehen. Wie ich ja... Beobacht... Ich beobachte das mal... Also der Zukunftsronntex, der das schneidet... Der kann das ja mal beobachten. Und mal die Momente zeigen... Die... Wo ich wirklich mit dem Kopf rumgehe. Einfach. Weil das echt krank bei mir... Schon wieder in den Kopf. Hohohoho. Ja, ich hol nicht auf. Ich muss ihn aufholen. Ich weiß. Und mach nur so eine Scheiße. Das ist... Und bei drei Runden ist das auch nicht so empfehlenswert eigentlich. Und für die, die solche Autos haben, das will ich jetzt generell sagen. Also generell meinen... Egal was für ein Auto ich jetzt nehme... Es ist... Ich hasse so ein... Ich hasse dieses Auto denn nicht. Es ist einfach nur so... Ich mag das einfach, wenn die jetzt so zerbeult werden und so. Das mag ich einfach. Das finde ich einfach geil. Ich weiß nicht warum. Ich bin das einfach schön. Ich hab da so eine Veranlagung... Das ist nicht immer blöd. Weil das immer vorne ist. Ich mag das lieber hinten. Dann sieht man das besser. Oder an der Seite. Oder auf dem Dach. Weißt du. Da sieht man halt mehr von. Da vorne... Ist das jetzt nicht so aufregend. Tunnelblick! Ich fahre blind. So. So. Juhu! Aua. 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 Ist das Dach verbeult? Ja, ich sollte mal aufholen. Das ist klar. Das verstehe ich. Aber ich bin hier nur so... Alter, das Dach ist verbeult. Aber der... Ist der Auspuff auch so in der Farbe? Warum? Warum? Na gut. Tuning mäßig, aber... Mein Hals juckt. Wow! Das war jetzt unbeabsichtig. Die sind schon 7 Sekunden vorne. Warum? Ich meine gut, ich mach hier nur scheiße, aber... Alter... Weil ich will hier trotzdem auch noch mal Erster werden. Oder so. Weil... Ja, es kommt besser, sag ich mal. Aber ich hab dann noch eine Runde. Kann man ja so trotzdem noch mal scheiße machen. Und den zum Beispiel reinfahren hinten. Oder den in die Seite. Bam! Da weißt du, da... Da weißt du, woran du bist einfach. Mach ich im Straßenverkehr auch gerne. Deswegen hab ich meinen Führerschein verloren. Weil ich so ein Flat-Out-Syndrom auch im Straßenverkehr habe. Hab ja einfach so ein Flat-Out-Syndrom. Weil ich fahre alle hinten rein, die vor mir sind. Deswegen hab ich auch Führerschein verloren. Und die... Die Blechschäden, die zahle ich heute noch ab. Deswegen mach ich Videos auf YouTube, wie hättest du? Äh... Deswegen mach ich Videos auf YouTube, Alter. Weil ich ganz... Die ganzen Blechschäden, die muss ich ja alle abzahlen, weißt du? Und weil ich mich nicht verhuren will. Ähm... Mach ich... Mach ich YouTube-Videos. Obwohl es auch... Ist ja dasselbe. Wenn ich hier schon Striptease mache, Alter, dann... Meine Fresse. Woh! Ich meine... Äh, schön. Das... Äh, äh, schön. Dram! Alter, 43... 43% Schaden, Alter. Ich sollte mal auf die Bremse drücken, aber nicht im Spiel, weil... Naja. Ich glaube, ich bin nicht Dritter. Ich hab die Dritten... Ah... Mann! So muss ich den Witz auch hier machen. Ist doch blöd. Ich hab irgendwie Bock, ein bisschen zu verziehen, aber... Ich werde mich wieder hassen dafür, wenn ich das hochlade, einfach... Weil dann kann ich überhaupt nichts mehr machen. Äh, äh, bei meiner Bananenleitung ist es so... Wenn ich mal lange Zeit nichts hochlade, so drei, vier Tage oder so... Also vier Tage ist das Maximum, bei mir. Ähm, auch wenn bei den, äh, Infos steht alle drei Tage, aber... Ist auch immer das Maximum, bei vier Tagen, weil... Weil ich guck gerne... Ich guck ja auch gerne Videos und so, weißt du? Und wenn... Das mach ich auch nebenbei, wenn ich was hochlade, aber das geht ja dann kaum, weil... Ja... Wenn ich so eine Bananenleitung hab, einfach, dann... Ich kann dann zwar hochladen... Ähm... Aber ich kann nebenbei keine... Ich kann wieder YouTube-Videos gucken... Ähm... Ja, und Facebook schreiben und so, geht zwar auch... Geht zwar trotzdem und so, aber Videos gucken im Generellen kann ich ja nicht. Außer ich hab die auf dem Rechner. Aua. Dann geht das. Ähm... Aber ich find das scheiße, jetzt find ich auch wieder mal eine Leitung... Alter! Ist das denn... So... Diese Schild, ey. Das ist bestimmt ein Insta-Shield, weißt du? Das wollten wir nicht verlassen. Mann. Dieses... Dieses... So... Nee, ich kann dann... Ich kann dann... Ich kann dann Videos gucken, wenn ich... Video hochlade, dann... Das... Da muss ich mir echt mal eine neue Leitung... Deswegen will ich mir auch die neue... Eine neue Leitung zulegen... Das war jetzt nicht beim anderen Anbieter, aber... Meine Leitung ein bisschen aufstocken lassen, einfach. Das ist echt... Ich find das echt blöd. Ich find das dumm. Ich will ein Video hochladen können und... Nebenbei noch Videos gucken können. Weißt du, das... Pfff... Das ist eigentlich die Hauptsache, was ich machen kann. Ob die Videos denn auch schneller hochgeladen werden... Das ist wieder extra. Weißt du, das wird auch so... Wahrscheinlich so sein. Dann würde ich dann... Ich kann nichts versprechen, aber dann wird das wahrscheinlich dann auch... Würde ich dann auch mehr hochladen. Also... Mehr Parts am Tag. Weil ich denn diese Leitung habe. Von der Schnelligkeit her so. Und... Ja, dann würde ich das auch machen. Wäre ja kein Problem. Och nein... Ist das dein Ernst? Und nicht schon wieder... Schon wieder in der A-Klasse. Ich mag das Auto nicht. Jetzt mach ich das aber wirklich hässlich, das Auto. In der hässlichsten Farbe, die ich mir vorstellen kann. Nein! Alter! So... Nein! 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 Bäh! Nehme ich. Die ist ekelhaft. Gut. Entschuldigung. Entschuldigung für die Leute, die grünen. Mögen. Also... Alter! Ist das ekelhaft. Ach. Ekelhaft. Ganz doll ekelhaft. Bäm! Richtig aufs Maul. Autsch. Ich habe ja noch ein anderes Reziplin auf der Platte. Zumindest... ...noch nicht mal zur Hälfte, aber... ...da wird... ...richtig aus dem Maul! Weißt du, da wird... ...das wird dann öfters kommen, weil ich hab da... ist einer meiner Lieblingsspiele. Das habe ich damals auf der Pläse gezockt. Das gibt's ja auch nur für die Pläse. Alter, da könnt ihr euch schon mal auf was freuen. Das wird aber wenn wir Mitte oder Ende des Jahres kommen. Also wenn ich was frei habe. Na gut, ich kann das nur nicht bestimmen. Wegen der Leitung, ich weiß nicht. Wenn ich dann schneller hochladen kann, dann kommt es auch eher. Weiß ich nicht. Muss ich gucken. Kennt ihr den Cook kennen, der... Alter, was war das denn gerade? Den hat er... Oh, wie der aussieht vorne. Den hat er richtig zurückgerissen. Alter, wie der vorne aussieht. Aber guckt mal, so sieht er vorne aus. Und wenn ich so im First Person Mode gehe, ist er komplett normal. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Wow. Ouch. Alter, wie der hinten aussieht. Hohoho. Das sah aber geil aus. Alter, wie der vorne aussieht. Das ist ja richtig gelitten. Hui. Hier, Hütchenfußball. Hütchenfußball. Yay. Yay. Hütchenfußball. Yay. Das mache ich auch mehr gerne. Hütchenfußball spielen. Einer ist sogar noch vor mir. Weil die einfach... Weil die die einen fliehen einfach. Juhu. Bam. Alter, fünf Runden ist das euer Ernst? Alter. Och man, ich will noch andere Runden fahren. Wenn mir das auch so Spaß macht, Alter. Dann macht mir das so Spaß. Ja, das sieht einfach... Ach. Das sieht einfach beschissen aus. Und so, das... Ja. Ich muss hier rum. Ach man. Ich muss hier rum. Ich muss hier einfach rum. Das ist... Ja, ich muss hier einfach mal auf die Strecke. Ach. Ich glaube, ich habe... Ich glaube, meine Grafikkarte ist kaputt. Das sieht so komisch aus hier. Oh. Oh. Alter. Voll gegengesimmelt. Alter. Das sieht so komisch aus. Ist meine Grafikkarte kaputt? Alter. Alter. Ich sehe ja alles so komisch. So... So grün und lila einfach. Verstehe ich nicht. So lila-grün einfach. Verstehe ich nicht. Ihr habt das glaube ich nicht. Aber... Habt ihr so... Habt ihr das so? Ich... Das sieht so komisch aus. Das sieht einfach komisch aus. Ich verstehe es nicht. Alter. Naja. Drei Runden noch. Zwei. Den geht halt ja noch. Bam. Aua. Alter. Was ist das? Das ist eine Optik gerade, ne? Alter. Liegt das an mir oder am Spiel? Oder an der Grafikkarte? Ich weiß es nicht. Muss ich nach der Aufnahme hier echt mal überprüfen, ob das an der Grafikkarte liegt. An mir kann es ja wo kaum liegen oder nicht? Ich weiß es nicht. Sieht echt komisch aus gerade. Autsch. Boah. Alter wie das Auto aussieht. Uah. Hilfe. So. Hab die Kurve nicht gekriegt gerade. Alter. Der guckt ein Reifen raus. Autsch. Oha. Das Dach. Vorne. Alter. Das sah ja gesund aus. So, ich werde dann auch gleich die Aufnahme beenden, wenn die Runde hier vorbei ist. Ich weiß, ich habe den wahrscheinlich überzogen, weil 30 Minuten sind schon vorbei. Seit der Minute. Ich liebe das ja so sehr alt. Hab den nicht überzieher. Das ist voll der Überzieher gerade. Voll der Überzieher gerade, weißt du? Weißt du, wenn du jetzt irgendwo in der Öffentlichkeit irgendjemandem sagst, ich habe voll den Überzieher gemacht, weißt du? Der wird nicht am Let's Play, also am Abonnenten-Special-Überzieher, also überziehen denken, sondern an was anderes. An einem anderen Überzieher quasi, weißt du? Da, weil da denkt ja keiner dran. Au. Ey, cool. Direkt über die Mauer. Wie geil. Wie geil. So. Was? 45%. Ich sehe das so schlecht mit 45% auch und so. Das ist einfach... Das sieht so komisch aus. Total komisch einfach. So eine Optik wie in einem 3D-Kino, wo sie noch so komischen Brillen hatten. Kennst du die noch? Die so... Auf einer Seite grün und auf einer anderen lila. Kennst du die noch? Diese komischen 3D-Brillen, die sie damals im Kino hatten? Alter. So eine Sicht habe ich hier gerade. Das muss an der Grafikkarte liegen. Ich weiß es nicht. Das ist auf einmal so. Ich verstehe das nicht. Wow! Oh, Alter. Oh, Alter. Was war das denn gerade? Alter, schon 32 Minuten. Oh, Alter. Ah, vorlässt du Runden, ne? Alter. Aber kennst du das? Weißt du, diese Brillen einfach? Das... Ich finde die... Das sieht immer komisch aus. Ich bin froh, dass es so eine anderen Brillen gibt. So eine anderen 3D-Brillen einfach. Das verstehe ich. Weil die... Diese Brillen, die auf einer Seite grün und auf einer anderen lila sind, die finde ich irgendwie komisch. Weil das ist alles total farbverzehrt und so. Da sieht man ja gar nicht die Originalfarben und so. Ähm... Ja, da mag ich die anderen... Ja, da mag ich die anderen... Annen lieber. Woh! Autsch! Und, ähm... Ja, ist... Ach, die letzte Runde schon. Das ist ja geil. Letzte Runde. Das ist ja super. Alter, wie das Auto aussieht. Das ist ja unfassbar. Oh, voll reingefahren. Voll geil. Alter. Das ist ja geil. Oh, 34 Minuten. Alter, 34 Minuten? Was? Alter, ich muss mal zusehen, dass ich hier... Ins Ziel komme! Oh! Alter, richtig. Verbums, das Auto. Richtig. Boah. Alter, sogar die Scheibe. Total unlogisch. Dass die Scheibe da nicht kaputt geht, zersplittert. Weil die müsste ja die Scheiben zersplittern und... Auch diese, ähm... Diese Brennen, die rückleuchten und so. Total unlogisch. Und der Reifen müsste eigentlich an der... An der Radkästen schleifen. Und nicht einfach durch die Radkästen gehen. Das ist auch total unlogisch. Aber gut. Ist ein Spiel, ne? Da kann man nicht... Boah. Kann man nicht mehr gehen. What the fuck. Alter, 60% Schaden. Alter. Rückwärts ins Ziel. Yay. Juhu. So. Ja. Mensch. Ging doch gut. Oh, Alter. Äh, diese... Alter, diese Optik einfach, ne? Diese Optik, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Alter. Oh, meine Fresse, ey. Das geht gar nicht. Ach, meine Grafikkarte ist wieder heil. Geil. Cool. Super. Alter, wie das... Alter, wie sieht denn das Auto aus? Boah. Das Dach vorne ist ziemlich gedamaged. Die Seite hinten. Oh, Alter. Ist nicht gut. Sieht nicht gut aus. Gut. Ich werde mal das Spiel beenden. Dann, ähm... Ja. Was? Ähm, bitte was? Nimmt er noch auf? Scheinbar schon. Ja, scheinbar schon. Ja, nimmt er noch auf. Gut. So, jetzt werde ich den auch mal beenden gerade. Bei 37 Minuten. Alter Schwede. So. Gut. Dann. Würde ich mal sagen, werde ich mal die Videos rendern. Und dann, ähm... Achso, ich muss ja die Facecam auch noch rendern. Ha, ha, ha. Gut. Oh. Das habt ihr nicht gehört. Habt ihr auch wirklich nicht. Ha, ha, ha. Danke zu Frunstrontex. Ah, so. Alter, ich mach mal die Lampe aus. Das ist... Boah. Alter, kriegst ja... Kriegst ja Augenbluten. Aber sieh das eigentlich... So sah das komischer aus als jetzt. Aber so sehe ich so rötlich aus. Als hätte ich Erdbeertage im Gesicht. Naja. Gut. Danke fürs Zuschauen. Das war das 50 Abonnenten Special. Nochmal vielen, vielen Dank... ...für die Abonnenten... ...oder an die Abonnenten. Bis auf nächste Let's Plays und ich werde dann mal rendern. Bis dann, Leute. ...dürf... ...dürf...